Wenn jemand Interesse hat, an den Normungsgremien mitzuarbeiten als Experte, dann kann ich ihm raten, sich an den DKE zu wenden und sein Interesse dort zu bekunden, um dann in einem entsprechenden Expertenkreis oder in einem Arbeitskreis mitzuarbeiten. Aber nicht nur die Mitarbeit in einem Arbeitskreis, wenn jemand sagt, diese Zeit kann ich nicht aufbringen, in einem Arbeitskreis dauerhaft mitzuarbeiten, besteht ja für jeden die Möglichkeit, auch entsprechende Entwürfe zu kommentieren und auch damit die Mitarbeit im Bereich der Normung mitzugestalten. Dankeschön. Danke. 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 Danke.